Hier mein Beitrag zum Weltfrauentag In jedem Mann steckt etwas Gutes Und wenn es nur das Küchenmesser ist, he he Warum sind Blondinenwitze so kurz? Damit auch Männer sie verstehen, he he Worin unterscheidet sich ein Mann von einem PC? Dem PC musst du alles nur einmal sagen Warum sagt man nicht, dummer Mann? Man sagt ja auch nicht, tote Leiche, he he Warum haben Männer keine Mitleidquizes? Weil sie nie aus der Pubertät rauskommen, he he Danke und bis zum nächsten Mal